So, nachdem wir uns ausgiebig informiert haben über die... Ja, da wo das Gold drin ist, schickt es natürlich drei rein. Oh, und da schickt es auch drei rein. Hä? Diesen Bergwerk gehen die Rohstoffe aus. Okay, tschüss Bergwerk. Und hallo neues Bergwerk. Sieht doch wunderbar aus, kann ich da noch eins hinbauen. Das andere wird wahrscheinlich auch nicht mehr viel haben, ne? Zehn Prozent, ne? Muss ich mal nach einem neuen schauen. 63 Prozent, nichts zu fressen. 61 Prozent, nichts zu fressen. Ich habe doch hier ewig gebaut und alles. Wow, das hat mehr gepflanzt, als ich gedacht hätte. Hier fällt einer Holz. Sehr gut. Kakteen kann er wahrscheinlich nicht... nicht... abhacken. Ich habe da eine Mutter gleich mit mir Kakteen auf. Ja, der fällt noch ein wenig gebäumt, dann passt das schon. 64 Prozent, wir nähern uns einem guten, brauchbaren Wert. Aber wir müssen zurück zum Feind. Wir müssen ihn, der in Season, unter Beobachtung halten. Da ist Kohle. Kohle, 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 Kohle. Das ist schlimm. Okay, ein Hauptmann ist wieder einsatzfähig. Da ist noch nichts wieder einsatzfähig. Okay. Hier haben wir natürlich noch Leutnants im Angebot. Das ist natürlich eine sehr gute Sache. Mhm. Hier fehlt noch einer. Ja, hier unten sind wir eh im Ansatz. Passt nicht viel Gold rein, so ein kleines Hütchen. Und da läuft noch ein Leutnant rum. Aber wenigstens kein weiterer Hauptmann. Hä, was? Geologe hat noch mehr Kohlen gefunden. Toll. Sechs finden sie noch Granit, dann freue ich mich so richtig. Nicht. Der läuft noch nach Hause. Wo ist denn mein Navigationsgerät? Ich habe mich voll verlaufen. So, wo will ich denn jetzt überhaupt hinscrollen? Bin ich mir gerade nicht so sicher, wo ich hin will. Ich glaube, ich will hier nach... ...rechts und dann hier zum Steinbruch gucken. Ich muss mir raten, du kannst keine Steine mehr abbauen. Ist auch kein Steintransport mehr in der Nähe. Das heißt, ich muss den Steinbruch jetzt da runter bauen. Ja. Ja. Okay. Ich meine, Bretter gibt es unendlich. Von daher. Ich habe 96. Erweitern wir den Stein noch ein bisschen. Vielleicht fällt er auch den... Fällt er den Stein? Ja, ja. Er fällt den Stein. Stein fällt. Ja, vielleicht baut er den noch ab. Dann kann der Förster... Ja, der Förster. Da fahren wir da noch was hinpflanzen. Da vielleicht auch die Bäume wegfällt. Soll ich vielleicht fast noch einen zweiten Holzfäller bauen. Eine Axt hätte ich noch. Ich glaube, ich kann hier auch noch eine Straße zur Abkürzung bauen. Und dann da nirgends wo eine Flagge hinsetzen. Ja. So viel besser. Du, 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 du. Hm, 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 hm. Sieht doch gut aus. Wie sieht mein Abbau aus? Kohle war schon mal höher. Das war schon mal bei fast... Nein, nicht ganz im Doppel. Hm, 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 hm. Ja, die Schlachten grad noch, das vorhandene. Getreide, neuen Höchststand. Mehl war auch schon mal deutlich höher. Brot hoch. Hm, 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 hm. Was ist überhaupt besser? Müde und Brot oder Schweinezucht und Metzger? Keine Ahnung. hier gibt es wirklich kohlen ohne ende wieder ein haufen kohlen kohle ohne was da ist meine kohle gold kohle das sieht man ja nicht da muss ich jetzt sofort gegenmaßnahmen einläuten aber sofort und ohne zögerung jetzt mit allem los schlagen was sie zur verfügung habe weil das sieht man ja nicht also das geht gar nicht also das jetzt ist schluss mit lustig ok alles ist draußen ist alles draußen das wäre schön wenn ich doch mal gewinnen würde das weißt du das gelaufen deine kollegen du arsch gesicht hat doch mal das sind meine gold bienen gewinnt gefälligst ihr pfeifen mein hallo ihr seid ihr in der verteilungsposition ihr müsst doch gewinnen pax nicht verliert echt jetzt näher hey fick dich super da brennen jetzt zwei kohle mit eine goldmine aber effektiv aber dann den hauptmann als und offizie töten ok zurück erobern los und tschüss ja ja schön super ihr stinkt alle ist ihr das prozent habe ich denn 69 und schon nehmt noch mal ein paar wachhäuser ein es ist schon einer tod noch gar kein weiter drin überhaupt schon mal irgendwo eingetötet ja schön ich glaube das weiß ich jetzt gleich wieder ab so was denn das jetzt ihr verliert wenn er verteilt aber gewinnt wenn ihr angreift nein er verliert da habe ich glaube ich nur drei hingeschickt sie hat so viele hauptmänner und ich habe zu wenig gold und das abbreiten von goldmine wäre das nicht besser gut ich habe 51 rohgold also von daher ist mir das gerade ein bisschen wumpe aber es geht ums prinzip das lasse ich nicht auf mir sitzen vielleicht war das doch keine so gute idee nein mein hauptarmee ist noch was sind denn die überhaupt alle wir greifen hier eine obergefreide an ich habe doch den leuten an so ein hauptmann sie überall rum marschieren guck mal hierzu hier ist vielleicht spannend ja das verliere ich ja auch aber der obergefreide gewinnt natürlich was ist das hier für ein schmachsinn das wird er doch nicht auch noch gewinnen tut er nicht das verliert er dann brav wieder toll hätte er ruhig noch gewinnen können super ich hätte nicht so lange warten sollen bis man angriff ich habe zu lange gewartet scheiße 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 jetzt muss ich ach nein das soll es doch gewinnen sie haben ein sieg errungen sieg errungen sieg errungen nein so ist glaube ich gleich kürze naja macht keinen unterschied ich nehme es einfach alle wachhäuser ein dann hat sie verloren dann hat sie wirklich verloren sag nicht die haben da alles niedergemetzelt was ich da hochgeschickt habe ich pack's nicht töte die doch endlich mal hier vollidioten ihr verdämmten kaum noch mehr an die front alles was mir noch irgendwo zur verfügung steht los sollt gewinnen ihr versager ihr elendigen was soll sie nicht mit hauptmännern prügeln oh es gehört mir sehr schön sie haben ein sieg errungen diesen bergwerk gehen die rohstoffe aus ja tolle sache so da habe ich auch gold wieder sehr gut es war mein gold bergwerk irgendwo hier gestanden rufen die gelehrten her die gelegen ich brauche ein paar gelegen um mir die mehr gehen nicht mehr okay so ist das voll das sieht aus als wenn nur zwei drin wäre so mit der flaggenstand her gewinnt ihr da mal endlich und da jetzt kommt der obergefreiter angelaufen die waren unterwegs schon alle abgeschlachtet das ist doch jetzt kacke weil der da oben jetzt bestimmt gewinnt passt auf gleich gewinnt er nein gefreiter was zur hölle schickt er denn da jetzt los und der leute da oben nur auf planlos wie gegen und ach leck mich doch ihr seid so unfähig 72 prozent steckt 72 prozent in den arsch ach kommt schon gewinnt doch mal ist noch einer drin jetzt so unfähig bist du da er läuft noch ein hauptmann wieso läuft da noch ein hauptmann wollen wir herum warum ist er nicht irgendwo an einem einsatzort doch mal jetzt hat solche versager gewinnt ihr jetzt bitte mal na also so du da unten was machst du du verlierst was zur hölle gewinn sondern unoffizier na also wir haben ein zigerung das war da wo mein gold trend war jawohl gut ich muss der einhalt gebieten bevor die noch mehr hauptmänner hat das geht doch so nicht oh man da kommen wir noch mehr okay das sind drei drin wir sichern bei der gelegenheit mal pure gewalt einfach die masse die ich noch hab nutzen und alles über rennen was mir entgegen wirft was noch ziemlich viel sein wird nehme ich mal an so sieht es jetzt da aus da habe ich ja immer noch nicht gewonnen noch mal 5 los das sieht sowieso schon dünn aus läuft noch ein leutnant rum ach komm gewinnt da unten ist nur noch einer hier bringt sich gleich mit dem uhr gefreut na du bist jetzt zählst du nicht als voll ich meine du bist doch voll du gewinnst nicht oder du gewinnst nicht doch du gewinnst hat gold gefunden den verliere ich jetzt auch und jetzt kommt schon noch mehr hauptmänner fickt dich nein es ist frügel der sich mit dem hauptmann wir sterben irgendwo laufen leute von mir ja es ist schon mal bisher naja hat sie nicht viel verändert also militär mächtig mit dem militär mächtig gesehen naja sag nicht ja den hauptmann ist platt gemacht nein er kämpft noch gegen den hauptmann das so und stirbt sehr gut würdet ihr bitte mal diese hütte da endlich mal auch einnehmen das geht auch nicht das geht so wirklich nicht also echt mal schließen aber noch eine straße an ihr weggerissen wurde also das schalz wachhaus eingenommen hat also erde dass sie ist hier nicht noch irgendwo gold toll so ist ja nur einer da müssen wir noch mehr sein das haben sie auch nicht eingenommen bekommen ich mag es nicht dann eben noch ein leutnant irgendwo ist auch schon tot ich bin ein bisschen nach unten gesunken hab dafür aber noch ein paar wachhäuser hier prügelt sich noch ein unteroffizier mit dem hauptmann und verliert sehr gut das obere jügelt sich jetzt gleich wieder ein obergefreitender mit dem leutnant da unten leutnant mit dem hauptmann ja naja der obergefreitender verliert schon mal was habe ich noch so einen truppen jetzt ich habe doch irgendwann einen hauptmann wo habe ich den hauptmann ach da ok gewinnst du bist du so nett nein du bist nicht so nett du stinkst vielleicht soll ich mal ihr schloss angreifen obwohl dafür hat es noch zu viel militärmacht die hat ewig lange waffen bauen können das war das problem oder ist das problem nicht wahr das problem wäre gewesen wir waren tschüss weg da 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 verstehe ich nicht Verwirrung macht sich breit Bleibt die mich jetzt schon wieder an? Alter, sag mal Geht's noch? Irgendwie ist hier kein Platz mehr für eine zweite Goldmine Super Aber ich könnte doch eine Kohle-Mine bauen, oder? Ich hab doch bestimmt jetzt noch Ich mein, die sind bestimmt dann hier rein Sind die hier reingelaufen? Ich hab drei Bergarbeiter Da waren jetzt zwei Kohle-Mine gestanden Dann, boah Ich baue hier noch eine Kohle-Mine Und da noch eine Kohle-Mine Und sorg mal dafür, dass ich hier wieder Kohle reinbekomme Und baue natürlich auch einen Direktweg zum Goldschmalzer Da, 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 da Ich werde, werde ich schon wieder irgendwo angegriffen? Ja, sie greift mich schon wieder an, die Schlampe Scheiß Schlampe! Ich komm wieder rüber, boxe aufs Maul Ist sicher bei der Gelegenheit mal Das wäre jetzt nochmal eine andere Goldmine Nein, nein, das geht gar nicht Also das geht gar nicht Dass jetzt auch nochmal eine Goldmine da ein Einfriert Das geht gar nicht Abfackel, das Wort suche ich doch Ach, zum Glück Ich hab 72%, hey So, also das sind zwei Kohle-Mine Wo wäre denn noch mehr? Wäre hier nicht noch Kohle? Wagt mal kurz Ich hatte doch da irgendwo Wo war denn das jetzt? Ach ja, ich brauche noch eine Eisenschmelze Genau, ich brauche noch eine neue Eisenschmelze Die könnte ich mal hier hinbauen Eisenschmelze, so ein Geschmach Eisenmine, das meine ich doch Sag ich doch, hört mir doch zu Ihr hört mir nie zu, warum nicht? Weil ihr doof seid, genau, deswegen Ihr habt natürlich völlig recht Ihr seid dumm, deswegen habt ihr auch Unrecht Und deswegen seid ihr auch dumm Weil ihr Recht und Unrecht habt Gleichzeitig Und da das nicht geht, ist man dumm Wenn ihr das seid Oder so ähnlich Das ergibt absolut total Sinn Ihr versteht ihn noch nicht So, ich hab den Sieg verloren Äh, Sieg verloren, ja, ja Ich hab den Sieg verloren Kennt man ja, kennt ihr bestimmt Wenn man den Sieg verliert, ne? Ihr Ritter haben hier den Kampf verloren Hier brennt meine letzte Goldmine So, wo war mein Ersatzgold-Ding? Ich hatte doch irgendwo hier ein Ersatzgold-Ding Ersatzgold-Ding, ja, 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 ja Hier, 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 irgendwo, hier Ist egal wo Ist egal wo hier Irgendwo, einfach hier einfach Einfach hier, ne? Bauen wir hier so ein Dreieck Technisch, ne? Oder bauen wir ein Viereck Bauen wir ein Viereck Technisch, ne? Super, jetzt muss ich das alles wieder aufbauen Ich hasse diese Schlampe, hier gerade Ich rufe dir blöse Sprüche über den See Erst zur Hölle, ich muss doch noch Reserven haben Komm, erzähl mir nix Neun, oh Gott Wir haben das Minimum erreicht Hey, ich kann stolz auf mich sein Warum zählt dieses Wachhaus hier nicht als voll? Was soll denn der Schrott? Das ist doch eindeutig voll Komm, der jetzt fällt dann raus mal Nö Kannst ja auch voll verhacken Die hat einfach zu viele Soldaten So scheiße Und ich hab wieder Minimieren wir noch um eins Gut, passt Ich hab eben eins gelesen Drei Obergefreite Großes Schaulaufen hier Und tschüss Das kriegt sie nicht So 1,70% Ich will hier wieder eine Goldmine bauen Schnell Ich muss schnell wieder eine bauen Dün, 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 dün Ach nein, der stirbt mir auch weg Ich verstehe doch die winzige Chance Nein Ich hasse dich Ach komm, tötet doch mal die scheiß Hauptmänner da drin Ich hab ewig viel Waffen gebaut Und dadurch auch ewig viele Soldaten Und das ist bei denen, wenn ich die irgendwie zehnmal so schnell befördere wie bei mir Und deswegen hat er jetzt 10.000 Hauptmänner und ich bekomme die wahrscheinlich nie klein Ach ja, leck mich doch Ach, ist immer was schon wieder gleich auf Komm, gewinnt mal Jungs Und hier schmelzt man wenig Schmelzt man überhaupt irgendwas Ach, du verlierst schon wieder Toll Gewinnen Mann Da ist ein Hauptmann drin Toll Ich glaub noch sechs Leutnant sind ein Hauptmann Mal Reserven Und zwar Das sind Nein, das sind nicht wirklich zwei Das sind zwei